23 Meter hoch war die Tsunamiwelle, die die Küste Japans am 11. März getroffen hatte. Nun hat der japanische Energieversorger Tepco neue Fotos veröffentlicht, die zeigen, wie das Wasser das Kernkraftwerk Fukushima traf. Autos wurden weggerissen, meterhoch flutete der Tsunami das Gelände des Atommeilers. Die Kraft der Welle war so stark, dass dieser Öltank über das Gelände geschwemmt wurde. Andere Tanks wurden regelrecht zusammengedrückt. Diese ebenfalls neu veröffentlichten Videoaufnahmen zeigen den Zustand des Kernkraftwerks am 6. Mai. Die von dem Wasser weggerissenen Autos stehen immer noch herum. Unbemannte Baufahrzeuge beseitigen Schutt. Ein Fahrzeug versprüht nach Angaben des Betreibers hier einen sogenannten Inhibitor. Dies ist ein Hemmstoff, mit dem Tepco offenbar versucht, die Strahlung einzudämmen. Diese Bilder zeigen den ersten Stock des Turbinengebäudes von Block 1. Die Wucht der Welle erreichte auch diese Anlagen. Die Spuren des Tsunamis sind noch immer deutlich zu erkennen. In die Reaktorengebäude wird noch immer Wasser zur Kühlung gepumpt. Millionen Liter kontaminiertes Kühlwasser gelangten auch ins Meer. Die Belastung des Pazifischen Ozeans, die dadurch entstand, war höher als die radioaktive Verseuchung der Ostsee und des Schwarzen Meeres nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 25 Jahren. Wie ein Wissenschaftler des Ozeanischen Instituts Woods Hole mitteilte, seien Radionuklide 30 Kilometer vor der Küste nachgewiesen worden. Die Größenordnungen einiger Radionuklide hätten dabei die Rekordwerte der Tschernobyl-Katastrophe im Schwarzen Meer und der Ostsee, also den Meeren, die dem russischen Reaktor am nächsten waren, weit überschritten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.